Macht ihr euch auch schon Gedanken über euren Festtagslook? Damit euch das Outfit gelingt und ihr euch darin wohlfühlt, solltet ihr folgende drei Fehler besser vermeiden. 1. Zu enge Kleidung Diesen einen Fehler machen wir doch jedes Jahr, oder? Denn bei unserem Look achten wir oft viel mehr darauf, ob uns das Outfit gut steht und unsere Vorzüge in Szene setzt. Was wir aber vergessen? An Weihnachten wird ordentlich geschlemmt. Daher sollte das Outfit auch nach dem Festmahl bequem sein. 2. Nicht auf die Temperatur achten Im Winter und an Weihnachten braucht man einen Look, der die hohen Temperaturunterschiede von drinnen und draußen mitmacht. Hierfür eignet sich ein Outfit im Layering-Stil einfach am besten. Ihr baut den Look also in mehreren Schichten auf und könnt diese in der warmen Stube nach und nach ablegen, wenn euch danach ist. 3. Keine Accessoires Gebt ihr euch beim Kombinieren der einzelnen Kleidungsstücke auch immer richtig Mühe und vergesst dann die Accessoires? Doch erst die Accessoires runden euren Look ab. Selbst eine schlichte Kombi aus Strickpulli und Hose bekommt durch auffälligen und funkelnden Schmuck sofort einen festlichen Dreh. 3. Justine